Musik Ja, ich würde erstmal sagen, wir spielen alles was gut ist. Und es hat einen roten Faden, man erkennt ihn nur nicht sofort. Wir haben Alternative Rock Lieder, wir haben Balladen, wir haben härtere Sachen, wir haben was für die Seele. Wir haben so ein bisschen mit Saxophon, so ein bisschen, kann man sagen, so Polka, Balkan mäßig. Ich würde jetzt einfach sagen, hey, wir sind die Hennings, wir haben Spaß an dem was wir tun, feiert mit uns jedes einzelne Lied. So in die Richtung. Musik Musik Menschen haben auf eine Band wie uns gewartet. Musik Musik Musik